ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir zum zweiten teil des saturn lagerverkaufs was es auch immer war 5 für 10 pro media book was heute kommt 2 euro ich habe gesagt im ersten teil falls ihr den noch nicht gesehen habt könnt ihr mal reingucken kam halt letzte woche raus der teil und da habe ich auch ein paar coole sachen gefunden aber ja jetzt sind denke ich mal coolere sagen oder für die media book fetischisten ich meine für zwei euro kann man ja echt nicht mehr kommen wer nimmt es nicht für zwei euro wird jeder machen ich habe ja gesagt aber auch hier schon was was weg war oder martin war einkaufswagen gepackt dann muss auch wieder weg es ist echt blöd also aber ich habe zum glück noch etwas bekommen viele wollen ja auch die leerauswagen sind aber ja ich meine für zwei euro da schlagen schlägt jeder zu jeder da auch wenig geld hat oder so aber ja dann fangen wir mal an teilweise habe ich da die edition schon sehen weil die manche kanäle schon ausgepackt hatten aber was sind man und stanley's filmzimmer die haben die ja schon ausgepackt ein paar davon da ich schon gesehen ja das ist natürlich nicht jetzt hier so eine nameless qualität obwohl da kommen nachher noch zu aber dafür vor dem preis es geht dann hauptsächlich um den film würde ich sagen nicht um die media qualität so dann würde ich sagen fangen mal gleich an mit einer serie die wo auf netflix lief nie gesehen gibt es da zwei staffeln meine ich sogar schon habe ich mal gehört oder drei es gibt eine komplett box schon und zwar hier narkos im media book auf 1111 exemplar limitiert aber anscheinend nicht so begehrt weil es gibt es ja noch keine ahnung hat wohl nicht so einen hohen stellenwert hier gucken wir mal hier das ist die 549 von 1111 hier steht sein es kurs netflix 2016 pablo escobor geht es doch darum in der serie oder täusche ich mich da jetzt ja pablo escobor ich habe wirklich nicht geguckt aber ich habe da mal was gehört wie gesagt es gibt auch eine komplett box ich werde so machen hier steht ja die ersten zehn folgen wenn es mir wirklich gut gefällt dann vielleicht kann man sich mal die komplett box holen wenn ich ja hat manchmal für zwei euro kann man reingucken eigentlich bescheuert ja ich habe netflix durch ein kumpel ja aber ihr wisst es man will ja alles in der sammlung haben sag ich mal jedenfalls ich so ist das halt ja man will alles in der sammlung haben haben also heute ist mit meiner aussprache scheiße aber man will alles in der sammlung haben ich bin nicht zu faul film zu wenn ich jetzt ein film gucke und ich liege was ich liege jetzt und wenn film gucken dass jetzt ein ordentliches streaming anbieter und schalte ich jetzt was ich beispiel disney plus ein und gucke mir da an anstatt an meiner sammlung zu gehen und machen rein ich gehe ins regal und null mir den film und machen rein weil das ist meiner das hat auch slain gesagt und genauso sehe ich das auch das ist ein sammler aber viele haben das echt schon gesagt die dann sagen ich bin zu faul ich gucke mir den dann ist den stream obwohl ich den dann auf disk habe ich wollte verstehen ja wenn du nicht hast okay guckst du ja an aber wenn du den hast warum guckst du was habe ich denn dann dann brauche ich den doch gar nicht weil dann kann ich das ja alles stream und wie viele filme sind nicht streambar also es gibt älter film habe ich schon wo es auch nur auf dvd gibt wo ich es guckt habe ja kann man sich den ausleihen gibt es nicht ist nicht verfügbar also viele filme gibt es gar nicht digital und ich verstehe diese aussage nicht viele haben daran vielleicht ja nicht gedacht wenn ich jetzt sage ja ja ich gucke den ich bin zu faul zum aufstehen ich stream den so was mache ich denn mal wenn ich mal pissen muss also irgendwann muss man mal pissen das ist hat man hat man dann einmal stehen oder oder eine ente wie ist das eigentlich das würde mich mal echt interessieren also bei solchen aussagen da überlege ich wirklich kann man das überhaupt ernst nehmen weil das habe ich eine sammlung da denke ich mir immer dann nur ich weiß nicht ja aber ich bin mal gespannt wie gesagt könnte man einschalten wenn ihr den film haben sind in der sammlung guck streamte den dann auch überweite zu faul sei zum aufstehen wie gesagt das haben mehrere sagt ja ich habe schon von vielen jurt und da machen wir weiter mit marie the kids den film habe ich tatsächlich noch nicht in der sammlung habe ich damals noch aus der videothek geliehen das weiß ich noch aus der videothek heute so viele denken ich bin jung nein ich bin nicht jung viele denken wir so ja da ist 15 16 dort gerade 18 so nene ach ne viele denken es aber damals noch eine videothek gewesen den film ausliegen ja ich fand den nicht so geil also ich fand den gut sieht auch bruce willis noch gut aus ja bruce willis man gibson natürlich sieht da noch gut aus und der erste hatte mir besser gefallen aber auch brutaler meine ich da ist auch ab 18 gewesen ja jetzt ab 16 da war ja so eine andeutung marie the kids in space oder soja aber kam nie ich glaube da kommt auch nicht mal jetzt hier vor dem film ist glaubt die plurale und dvd genau kann man machen also ist auch so natürlich so ein richtig dürres teil aber vor dem preis damit ich den film hat und mal gucken kann noch mal ja kann man es mal es gibt ja keine 4k oder da jetzt in 4k braucht ist mal so stelle ich mal so dahin ja ja das war marie the kids wie gesagt zum film ist ein cooler film aber lange lange nicht gesehen so dann film den schon ich pack's mal jönter den schon lange 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 nicht gesehen habe damals zum release ich meine da kommen 2013 aus ich muss mal gucken wir gucken gleich mal zusammen und zwar al frankenstein das ist ja von dieses blendet neue reihe die haben ja jeden film skyline und alles noch mal in drei media books gebracht und mit drei cover varianten die hingen natürlich nicht da haben sie die vor zehn euro verbilligt also kann man glaube ich 30 euro dann zehn euro verbilligt und hat auch keiner gekauft ihr jetzt haben das vor zwei euro aus ja und da hingen sie natürlich weg hier steht 2013 genau ich bin immer sicher ob ich jetzt im kino und trailer gesehen habt und oder wo waren das im kino oder oder kann auch sind es blende dass der trailer vorher lief beim film sah richtig geil aus habe ich mich gefreut wollte ich damals im kino vielleicht weiß ich gar nicht mehr ich war da nicht im kino und ja ich muss sagen da war okay aber ich hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt mehr erhofft ich mag eigentlich hier ja das komme ich nicht auf den namen jetzt muss ich kurz gucken erwin eckert jetzt kam ich darauf ohne zu gucken tatsächlich erwin eckert die aus olympus vorhin und so der präsident ich mag den einen sehr aber hier ich werde auch noch mal gucken aber ja hier auf jeden fall ein bisschen bisschen hochwertig aber auch sehr sehr dürre ja also ich glaube das ist die dünnste pappe die geht ja wappelig halt aber egal zweimal der dann haben wir noch mal komiks mit denselwashing den ich tatsächlich noch nie gesehen habe auch natürlich so dürres teil also das reißt hier schon fast auseinander wenn ich das sehe ja und dafür dann 20 30 euro also es bricht ja schon fast auseinander gott naja hier ist auf jeden fall ein bonusfilm wie ich weiß oder wie ich gehört habe komiks habe ich nie gesehen denn zu washington würde ich auch noch ein paar film holen es gibt ja auch viele nicht mal so wie john q welchen ich froh bin dass ich den habe man und feier damals aus dem mediamarkt im markt bestellt weiß ich noch ist auch schon eine zeit lang her bestimmt sechs jahre habe ich mir damals mitgenommen ja lange nicht gesehen muss ich auch mal wieder gucken habe ich gar keine erinnerung der wort auf jeden fall richtig gelobt kann mich echt kaum noch erinnern also so auf jeden fall top sein jetzt kommt der equalizer 3 auch das jetzt hier von concord gibt es auch als emory auch für zwei euro die emory kostet zehn aber was nämlich damit naja den für zwei euro ich meine hier so ein bonusfilm ich weiß jetzt gar nicht was der troffel steht jetzt auch nicht welcome x visa ich weiß nicht ob er seine richtige stimme hat falls jetzt fragen kommen oder falls sich einer jetzt gedacht hat kann ich euch auch mal aufklären er hat ja in der equalizer 3 eine neue stimme das hat nicht damit zu tun dass das im grundsprecher keine zeit hat der zum grundsprecher leon boten heißt der der sturm ich weiß nicht mal wann ich glaube 2009 müsste der sturm sind weiter konnte der hat ja den also der leon boten hat ja den jason stadtam synchronisiert und den denser washington also eine super stimme wie fand hat für beiden gepasst leiter sturm er hat jetzt eine neue und jason stadtam haben sie die stimme von jackman genommen weil der hatte quasi zwei stimmen der hatte damals immer die stimme von youtube jackman und ich weiß jetzt nicht wie der sprecher heißt in die expandables film hatte der die auch immer warum kann ich euch auch nicht sagen aber dann haben sie die gleich genommen passt auch finde ich hier auch kann man machen ja in equalizer 3 die stimme die neue aber die alte war natürlich geil aber ist halt nicht mehr im leben also nur dass plötzlich da welche gefragt haben warum hat denn der nicht mehr die stimme dann machen wir weiter auch im film kam auch alle drei cover ich glaube das ist dieselbe firma tatsächlich weiter sieht man ja von 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 dings jetzt hier so ja müsste dieselbe vor allem das ist jetzt nicht wo ich habe hier mensch diese scharf stellen die limitierung auf was weiß ich auf 250 stück ich habe hier die 186 und hier habe ich auch die 186 auf 250 was ist das von zufall das ist ja wahnsinn die selbe nummerierung ach nee so ok brothers grim 186 ist so ein märchenfilm auch tatsächlich nie gesehen die gibt es auch von concord als normale blu aber wie gesagt für zehn euro ungeschnittene fassung gab es noch mehrere cover die mir auch besser fehlten aber naja das finde ich jetzt nicht so geil gezeichnet aber ja jetzt euch mir nicht auch für zwei euro um den film zu gucken dann macht man das mal astro kult klassiker ungeschnitten ja auch natürlich so dünne aber jetzt kommen zu einem film man kann ich wie gesagt nicht sagen den ich auch nicht kenne ich weiß gar nicht von welchem land der kommt aber das ist ein richtiger klopper so nameless und zwar in china ist es die hunde das ist ja hier von jp entertainment die haben ja damals auch diese dünnen gebraucht und da haben wir mit zusammenarbeiten mit nameless gearbeitet und dann haben sie die in diesen schönen media books rausgebracht die filme so jetzt hier kann ich sagen das ist ein dänischer film ich habe davon noch nie was gehört aber merkt das ist man kann übernehmen das halten was man will aber die machen gute media books man merkt schon von der schwere wenn ich jetzt das hier in hand halte und dass das ist schon ein richtiger klopper wie schwer das ist auch vom spine mal ein beispiel ist das schon ein unterschied ja da sieht es von der dicke und von also ich finde die wirklich klasse die media books so in china essen sie hunde wie sagt noch nie was gehört aber jetzt hier vor zwei euro nehmen das media book klasse da kann man natürlich nicht meckern ab 18 ist der musste ich identitätsprüfung machen natürlich mein ausweis ist nicht abgelaufen da ist ja noch gültig das hatte ich ja letztes jahr das problem diese ist auf 333 stück was habe ich jetzt hier die 275 wenn man sehen kann hier ja wenn es natürlich mal scharf stellen worte von alleine aber macht doch nicht egal 273 273 habe ich ja mal gucken wie da ist kann ich auch nicht sagen ich habe mich da wie gesagt nicht darüber informiert weil für zwei euro nehmen das media book ich wusste gar nicht ob das das schon vernehmnis war so und dann kommen wir schon zum letzten irgendwas passiert immer ja jetzt muss ich das zusammenschnippeln egal jetzt dreht es nicht noch mal neu scheiß andys umgekippt keine ahnung rum egal so jetzt war bei in china essen sie hunde jetzt kommt der film in die wiedergeburt jetzt habe ich ja die tape edition von in die wiedergeburt ja auf jeden fall cool ich habe ja auch da so ein paar tape edition habt ihr wahrscheinlich in der ojo gesehen ich werde die auch jetzt ovp lassen weil mir ist da schon eines so ein bisschen so kratzer drauf gekommen ich weiß jetzt nicht wie nee das ist nicht so gewollt dass es hinten so spiegelt so ein bisschen hoch keine ahnung bei wem waren das bei speed meine ich und ja taken habe ich ja auch die woche dabei die habe ich mir damals sogar für fünf euro gehört also vor dem preis kann man nicht meckern warum man natürlich nicht weiter sagen kult natürlich und tape und ich glaube gibt sie noch sind die tot die edition also ich glaube diesen tod also ich habe nicht mal über die edition gehört könnt ihr mal was sagen habt ihr da noch passiert also es kommt auch keine mehr ich glaube diese wollten jetzt die nur noch haushauen worden nicht schlecht natürlich nehmen sie viel platz weg aber für zwei euro wie sagt was kann die mal 30 es gab natürlich auch geile dinge die schnell weg waren wie die fliege zwei oder phantom kommando wo jeder sich troffelstürzt hat die dann weg waren aber sonst hat man die hinterhergeschmissen kriegt auch in die märkte ja das war der zweite teil des saturn updates ich zeige euch noch mal die sachen alien die wiedergeburt in china essen sie hunde wie sagt für den preis kann man dann natürlich nichts sagen allein wegen die filme auch wenn das media book jetzt nicht so gut ist von vielen brothers krim malcom x frankenstein mariette kills und narkos ja so jetzt steht natürlich zwei minuten bei mir aber ich werde das zusammenschnippeln und dann wird so ein das nicht jetzt wie das andere video hier von von auge aber das sind halt auch ganz schön lang und ja hatte vier gigabyte also waren sind was so eine videos an gearbeitern also wenn sie das wenn man das wirklich nur im 4k macht das ist unnormal also da brauchen wir ja wirklich 128 gigabyte speicher das ist wahnsinn was das für speichermenge frisst aber wie sagt das dazu könnt ihr mal reinschreiben was habt ihr auch die aktion gemacht was habt ihr gekauft wird mich mal interessieren und ja dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dann freunde und ciao